Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin der Mo und heute geht es um das brandneue Polaris-Programm von SpaceX. Viel Spaß. Okay, wow, man lässt uns keine Pause. Nach dem Starship-Update letzte Woche kam diese Woche die nächste große Neuigkeit. Jared Isaacman hat drei weitere private Missionen mit SpaceX gebucht. Die erste noch Ende dieses Jahres und die letzte noch ohne Zeitraum, aber hört, hört, als erster Kuhflug des Starships. Ich erzähle dir heute, wer die Crew für die erste Polaris-Mission sein wird, was sie auf ihrem ersten Flug alles Abgefahrenes vorhaben und was wir bisher sonst noch über das Polaris-Programm wissen. Wie immer bei mir findest du Quellen in den eckigen Klammern, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne einen Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, ja, unbedingt den Kanal abonnieren, denn hier erwarten dich jede Woche neue Videos, Talks und Livestreams über Raumfahrt. Aber jetzt zu Polaris, auf Deutsch der Polarstern. Das Himmelsphänomen, das Seeleuten auch ohne Kompass und GPS in den letzten 2000 Jahren verlässlich beim Navigieren geholfen hat. Zumindest hier bei uns in der nördlichen Hemisphäre. Aber keine Angst, ich will nicht über Sternenbilder und dein Horoskop quatschen. Spoiler, dein Horoskop sagt, dein Leben wird langweilig und planlos, wenn du Senkrechtstarter nicht abonniert hast. Wir wollen über Raketen und Raumfahrt sprechen. Die ersten beiden Flüge des Polaris-Programms werden mit dem Crew Dragon von SpaceX durchgeführt. Wie bisher werden die von PET-39A in Cape Canaveral an Bord einer Falcon 9 starten. Dabei wird Polaris Dawn, die erste der drei Polaris-Missionen, da weitermachen, wo Inspiration 4 aufgehört hat. Inspiration 4, das war der erste Flug von Jared Isaacman mit SpaceX, den er, wie die Polaris-Mission, auch aus eigener Tasche bezahlt hat. Und das ist oft missverständlich. Die Spendensammlung im Zuge von Inspiration 4 hat das medialische Spotlight der Inspiration 4-Mission genutzt, um zusätzlich für einen wohltätigen Zweck Geld zu sammeln. Auch die Polaris-Missionen werden wieder genutzt, um Spenden für das St. Jude Hospital zu sammeln. Aber ich gehe auch davon aus, dass es ähnlich zu Inspiration 4 wieder Produktplatzierung geben wird und ja, die Film- und Fernsehrechte, den Eigenanteil, den Jared Isaacman dann für diese Mission tatsächlich bezahlt, reduzieren werden. Für den gesamten Inspiration 4-Flug soll er ja unter 200 Millionen Dollar gezahlt haben. Laut Forbes' Liste wird sein Vermögen übrigens auf 1,8 Milliarden Dollar geschätzt. Ja, womit macht man so viel Geld? Er hat als 16-Jähriger einen Zahlungsdienst für digitale Kreditkartenabrechnungen entwickelt, der aktuell bei einem Drittel der amerikanischen Hotel- und Restaurantbuchungen genutzt wird. Also ich würde sagen, der hat ausgesorgt. Auf dem ersten Polaris-Flug Ende diesen Jahres wird Isaacman erneut die Rolle des Commanders übernehmen. Missionspilot wird sein langjähriger Freund Scott Poteet. Der war unter anderem F-16 Air Force Pilot. Und was mich als ehemaliger Triathlet besonders beeindruckt hat, 15-facher Ironman-Finisher. Er war sogar viermal bei den Weltmeisterschaften auf Hawaii. Die Funktion der beiden Missionsspezialisten übernehmen Sarah Gillis, die wir ebenso wie Scott Poteet schon aus der Netflix-Dokumentation zu Inspiration 4 kennen, sowie Anna Menon, die zusätzlich zu ihrer Funktion als Missionsspezialistin die Funktion der medizinischen Verantwortung an Bord übernehmen wird. Beide Frauen sind SpaceX-Ingenieurinnen und ich könnte mir vorstellen, dass SpaceX mit diesem Flug eigenes Personal für die Begleitung von Touristenmissionen ausbildet. Ähnlich zu den Missionen von Axiom, die ja auch jeweils von einem Astronauten begleitet werden. Aber das ist nur eine Vermutung von mir. Fun Fact noch zu Anna Menon. Ihr Mann Annel Menon wurde gerade von der NASA in die aktuelle Astronautenklasse aufgenommen. Das ist nicht der Fun Fact. Der Fun Fact besteht darin, dass sie, also Anna Menon, mit Polaris sehr wahrscheinlich deutlich vor ihrem Mann in den Weltraum fliegen wird. Und das ist so ein Narrativ, welches sich letztes Jahr mit dem Durchbruch für den Weltraumtourismus angedeutet hat. Wenn du in den Weltraum willst, ja, dann arbeite für SpaceX oder werde Multimillionär. Ob das so cool ist, naja, ich weiß ja nicht. Aber mit, ja, der Weltraum ist nur etwas für Wissenschaftler und Vollprofis, die jahrelang trainieren. Ja, sorry, aber warum dann überhaupt Raumfahrt betreiben, wenn der Weltraum für immer den Profis vorbehalten bleibt? Da hat die Erzählung, ja, wir betreiben die Raumfahrt für alle Menschen, nach 60 Jahren langsam so ein Bart. Und auch das muss man sagen, Axiom 1, Crew 4, Crew 5 und Polaris 1, ja, dann wird SpaceX Ende diesen Jahres 34 Menschen in den Orbit gebracht haben. Das sind deutlich mehr als die 27 ESA-Astronauten, die in den letzten 40 Jahren in den Orbit geflogen sind. Ihr kennt das schon von mir, ich lege da ähnlich wie mit den Frauen im Weltraum den Finger in die ESA-Wunde. Ja, ich denke, wir haben uns lang genug die europäische Raumfahrt schön geredet und müssen klar benennen, wo sie nicht mehr mitspielt oder nie mitgespielt hat. Wobei man fairerweise auch sagen muss, dass fast alle ESA-Astronauten mehrfach im All waren. Insgesamt etwa über 50 Raumflüge haben ESA-Astronauten, soweit ich weiß, bisher observiert. Bevor wir uns das absolute Highlight des ersten Polaris-Flugs anschauen, hat dir mein Video bisher gefallen? Ja, wenn ja, dann nicht vergessen zu liken und wenn du mehr Raumfahrttechnik-Videos sehen magst, unbedingt abonnieren und Glocke drücken, damit du die Live-Raketenstarts auch nicht verpasst. Die machen übrigens am meisten Spaß, wenn man dabei das Senkrecht-Starter-Logo trägt. Wenn du magst, schick mir gerne ein Foto von dir mit Senkrecht-Starter-Logo und schreib mir kurz, ob ich das in meinen Videos zeigen darf. Hashtag Team Space. Aber zurück zum ersten Polaris-Flug mit dem Namen Dawn, also dem Polarstern-Aufgang. Was ja eigentlich für einen Fixstern-Quatsch ist, der steht ja gerade immer am gleichen Fleck. Aber es bezieht sich wohl eher darauf, dass es eben die erste der Polaris-Missionen ist. Anyway. Ähnlich zu Inspiration 4 sollen mit Polaris die Grenzen für die private Raumfahrt erweitert werden. Der Flug wird mit fünf Tagen etwas länger dauern als die drei Tage von Inspiration 4 und auch die Flughöhe wird erneut gesteigert. Es soll tatsächlich der höchste Orbitalflug mit Crew überhaupt werden. Also deutlich über die 1368-Kilometer-Marke, die Gemini 11 im Jahr 1966 aufgestellt hat. Wobei natürlich die Apollo-Astronauten von Apollo 10 bis 17 und Apollo 8 mit dem Mond weiter von der Erde entfernt waren. Aber eins nach dem anderen. Das wäre trotzdem eine extreme Marke und soll durch den Flug am unteren Rand des St. Allen-Gürtels die Strahlenbelastung auf die Crew untersuchen. Ein Thema, das auch ihr ja viel in den Kommentaren oder auf Discord als Problem von Flügen zum Mond und Mars diskutiert. Aber wenn wir schon Parallelen zum Gemini-Programm ziehen. Es besteht eine weitere Ähnlichkeit zu dem Zwischenprojekt zum Apollo-Programm. Denn mit Gemini wurden die ersten amerikanischen EVAs durchgeführt. Das heißt Extra Vehicular Activities. Zu deutsch Außenbordeinsätze. Und auch das soll Polaris Dorn erreichen. Die erste von einem Privatunternehmen durchgeführte EVA. Puh, das ist schon ein Hammer. Extra Vehicular Activities gelten als das schwierigste und gefährlichste, was Astronauten auf ihren ohnehin anspruchsvollen Missionen zu tun haben. Und jetzt wird das von Laien und einem privaten Unternehmen durchgeführt. Das ist schon ziemlich krass. Wobei man ja auch sagen muss, dass die NASA-Anzüge aus den 70er Jahren sind. Also kein Wunder, dass damit EVAs als komplex und gefährlich gelten. Und tatsächlich hat man sich bei SpaceX vorgenommen, den EVA-Prozess massiv zu verbessern. Zur Illustration nannte Isaac Mann Filme, in denen ja die Astronauten schnell einen Raumanzug anziehen und aus einer Luftschleuse rennen. Aber de facto verbringen Astronauten auf der ISS normalerweise Stunden, damit ihre Raumanzüge anzuziehen und den Druck zu senken und reinen Sauerstoff vorzuatmen. Wenn wir einen Weg finden können, den EVA-Prozess zu beschleunigen, wird es einen echten Mehrwert für die Raumfahrt haben, sagt Isaac Mann dazu. Die für diese EVA genutzten Anzüge sollen auf den bisherigen Schutzanzügen von SpaceX basieren. Die waren bisher nur für den Innenraum des Dragon-Raumschiffs geeignet. Und wenn wir uns zum Vergleich mal die EVA-Anzüge aus Gemini-Zeiten anschauen, waren die auch nicht viel dicker als die SpaceX-Anzüge. Oder zumindest deutlich körperbetonter als die aktuellen NASA-Anzüge. In Zeiten von Instagram ein nicht zu unterschätzender Punkt. Ich hoffe, es kommt niemand auf die Idee, den Helm aufzumachen, damit man das Duckface besser sieht. Aber ja, lieber tot als uncool oder so ähnlich. Soweit wir das bisher sehen, wird der Ausstieg mit einer Leine erfolgen, die vermutlich sowohl Atemgas als auch Temperaturregelung bereitstellt. So würden die Anzüge kein eigenes Lebenserhaltungssystem benötigen. Das heißt aber auch, dass unabhängig davon, wer alles aussteigt, alle vier Polaris-Astronauten werden dem Vakuum des Weltraums ausgesetzt sein. Bisher ist wohl noch nicht ganz klar, ob alle Astronauten mal aussteigen oder nur eine Person. Und als wäre das nicht schon genug an extremen Missionszielen, soll diese Mission außerdem die Laserkommunikation mit Starlink-Satelliten testen. Diese Kommunikationsfähigkeiten würden auch für zukünftige Missionen zu Mond und Mars benötigt. Auch soll die Berichterstattung dadurch verbessert werden. So wurde an Inspiration4 oft kritisiert, dass es keine Livestreams ähnlich zu den NASA-Missionen gab. Laut Isaacman lag das unter anderem daran, dass die Relais-Satelliten der NASA als Regierungseigentum nicht für die Inspiration4-Mission zur Verfügung standen. So gab es während Inspiration4 20% der Zeit keinen direkten Funkkontakt zur Bodenstation. Denn so geil ich auch die NASA-Livestreams finde, 720p ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich bin gespannt, was für eine Auflösung und was für Bilder uns aus 1400 Kilometern Höhe von Polaris erwarten. Wobei der Ausstieg in 500 Kilometern Höhe erfolgen soll und nicht auf der maximalen Missionshöhe. Trotzdem wahrscheinlich unglaubliche Bilder. Hoffentlich vergessen sie den Selfie-Stick nicht. Aber ich denke, die werden gut beraten werden, was die Bilder angeht. Denn der Community-Fotograf John Krause ist Content Director. Falls ihr das noch nicht schon längst gemacht habt, folgt dem Jungen unbedingt bei Twitter. So funktioniert Social Media. Schaut ihr an, wer in der Community angesagt ist und beauftragt bloß keine Agentur, die so tut, als wüsste sie, wie es Social Media geht. Was dann für die zweite Polaris-Mission geplant ist, wissen wir noch gar nicht so genau. Aber sie soll auf den Erkenntnissen der ersten Polaris-Mission, also Polaris Dawn, aufbauen und dann wiederum die Grenzen erweitern. Dürfte wieder spektakuläre neue Ziele beinhalten. Ja, wann ich dann endgültig vom Starttisch gefallen bin? Bei der Ankündigung für den dritten Polaris-Flug. Das soll tatsächlich der erste Crew-Flug des Starships werden. Und da wurde von Isaac Mann in dem Interview mit Tim Dodd klar gesagt, es geht um einen kompletten Starship-Flug. Von Start bis Wiedereintritt und Landung. Also keine Zwischenlösung irgendwie mit Crew-Dragging, Docking und Umsteigen oder so. Nee, das ist volle Programm. Und das ist schon eine ziemliche Ansage. Wann das sein wird, wurde natürlich nicht gesagt. Aber wenn wir jetzt mal einfach aus Spaß von Inspiration4 über Polaris Dawn linear interpolieren, dann sieht das ja so aus, als würden sie jedes Jahr eine Mission durchführen. Das würde dann für die zweite Polaris-Mission Herbst-Winter 2023 bedeuten. Und für die erste Starship-Mission Ende 2024. Aktuell mag das völlig illusorisch klingen, wo Starship ja noch nicht mal seine Orbitalfähigkeiten demonstriert hat. Aber wer weiß, wie schnell die Starship-Entwicklung erstmal voranschreitet, wenn Starship sich an den ersten Orbitalfähigkeiten versucht hat. Und weil man bei SpaceX ja immer den Mars im Hinterkopf behalten sollte, schauen wir spaßeshalber mal auf das nächste Startfenster für Reisen zum Mars. Das wird November 2024 sein. Und soll ich euch was sagen? Auch wenn das Starship-Programm gerade etwas ausgewärmst scheint. Ich würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn SpaceX intern nicht plant, 2024 seinen ersten Versuchsträger ohne Crew in Richtung Roten Planet zu schicken. In Kombination mit zeitnah einem ersten Crew-Orbitalflug wäre das wohl das ultimative Aushängeschild für die Fähigkeiten von Starship und eine klare Ansage, wo es denn hingehen soll. Ist das realistisch? Schreibt mir doch gerne unter dem Video. Also ich freue mich riesig über die Ankündigung von den Polaris-Missionen. Genau das ist die Qualität von Ankündigungen, die ich mir für das Starship-Update gewünscht hätte. Denn alles unter völlig verrückte Ziele scheint uns doch mittlerweile für SpaceX-Verhältnisse etwas spießig. Und jetzt gab es diese abgefahrene Ankündigung eben ein paar Tage später. Großartig. Ich habe jetzt nachträglich erfahren, dass die Polaris-Ankündigung wohl ursprünglich für das Starship-Update letzte Woche geplant war und man es dann kurzfristig gestrichen hatte. Ich denke aus Marketinggründen und um die mediale Aufmerksamkeit optimal zu nutzen, war es eine gute Idee, das voneinander zu trennen. Weil das Polaris-Programm so ein großes Ding ist, werden wir am Montag in großer Hashtag-Team-Space-Runde auf Senkrechtstarter über Polaris diskutieren. Und so ganz nebenbei ein neues Team-Talk-Format mit dem Namen Astronomische Einheit einführen. Freut euch drauf und freut euch auf bekannte Gesichter und spannende Themen. Ich muss mich auch bei euch noch für das Ausfallen der Episode letzte Woche entschuldigen. Mit Livestreams und neuen Projekten für Senkrechtstarter komme ich aktuell mit Produzieren nicht mehr wirklich hinterher. Ihr wisst ja, dass ich den Kanal alleine betreibe. Also von Skript über Aufnahmen und Schnitt bis zur Veröffentlichung alles selber mache. Das macht mir großen Spaß und es hat mir bisher auch nichts ausgemacht, jeden Tag von morgens bis abends an Senkrechtstarter zu arbeiten. Aber mein Sohn ist gerade jetzt drei Monate alt und ich möchte nicht, dass er mich nur aus Livestreams kennt. Ja, so kann ich das leider mit den zwei Formaten die Woche nicht durchhalten. Da aktuell die News von euch viel stärker nachgefragt werden, habe ich mich entschieden, die Episoden nur alle zwei Wochen zu veröffentlichen. Ich bedanke mich für das Reinschalten. Ganz großes Dankeschön geht an die Community fürs Liken, Kommentieren und Teilen meiner Videos. Und wie immer besonderer Dank an meine Schutzengel, an die Kanalmitglieder und die Patreon. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja die Videos vorab und ohne YouTube-Werbung. Vielen Dank für eure Unterstützung, ihr helft mit dem deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau abonniere gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jede Woche neue Videos von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen, wenn ja, like da lassen. Bis nächstes Mal, immer schön senkrecht bleiben, dein Mo.